Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Rolle CSGO Competitive mit dem Drossman und 3 Randoms. Hi! Weil wir spielen immer so spät und da ist kein anderer mehr da. Krass, ne? So, ähm, ja, gab keine Absprache, oder? Weil irgendeiner ist nach B? Ich bin A lang. Ihr seid zu dritt bei A, ne? Hat das jemand gekillt? Sieht einfach mal so aus, als wäre bei B keiner. Bei B ist niemand. Oh. Ein Headshot sein müssen. Ah, okay. Okay, er hat ihn abgestorbt. Na komm, na komm, na komm. Ich hole mir den da. Okay, oder er holt ihn sich. Ich hole ihn mir. War zwar ein bisschen wildes Geballer, aber bist du noch am Leben? Ja. Wo kämpft ihr denn? Ach hier, lol. Alles klar, ich war auch jetzt gerade bei dem. Wie kam er denn da oben hin? Der Angel Skill steht da oben so rum. So, kann ich mir noch ein Granätchen kaufen und noch eins. Granätchen. Granätchen. Granätchen hier. Wollan gehen wir? Ähm. A long. I go B. Okay. I go B. Okay. I go B. 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 Ja, cool. Sehr gut. Oh, Dossman. Fünf Stück. Yeah. Nice. Einer steht bei Short. Ich weiß, ich pass einer. City Spawn. Äh, okay. Ist da unten. Ja. Dossman. Wieder besser Spieler. Yeah. Ich weiß. So. Geh mal B. Ja, cool. Gerne. All B. Okay. All B. Okay. Geh doch. Geh doch. Er schmeißt ne Awe weg. Achso, gib ihm die. Ich dachte schon so. Okay, all B. Okay, all B. Mach. Oh, come on. Two B, two B. Two B, two B. Two B, two B. Two B. Great. Mah, die Scheißblend von ihm, ne? Ah, einer hat er gekillt anscheinend? Okay, plant er? I am landing the bomb. Oh, scheiße. Jetzt genau in den offenen Tür. Das ist ziemlich doof. Äh, Rasp City. Ah, scheiße. Ja, komm ich nicht mehr mal. Kommen die da jetzt? Ja, da kommt zu dritt. Ja, die kommt zu dritt. Einer kommt jetzt oben durchs Loch gleich so in. Jetzt müsste kommen. Ja. Pass auf, mit der Tür, ne? Die könnte ich direkt sehen. Oh. Oh. Boah, von links, ja. Nice. Und noch einer. Sehr schön, Dossman. Sehr gut. Komm, dann hast du das ganze Team, wenn du ihn holst. Nein! Der lebt doch noch, ne? Egal. Irgendwie hast du gefühlt alle gekillt gerade, aber... Krass. 7-1-0, Dossman. Hey. Trotzdem war ich bester Spieler fürs Legen der Bombe, lol. Scheiße! Dann wurde ich noch erschossen. Habe ich auch gerade gedacht. Ja. Egal. Oh. Dann halt nur ne Granate. Wo gehen wir lang? Mhhh, weiß ich nicht. Gucken wir mal, was wir mehr gemacht. Okay, go, go me. Okay. So that we may be free. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube da steht einer mit Aave. Mitte. Alter. Ach, was war da denn? Ach, da kam noch eine. Oh. Ich bin gar nicht runtergegangen hier. Ja. Okay, er ist tot. Hab ich die Bombe? Alles frei? Nee. Alles frei. Ja, ja. Du bist auch hier, ne? Ah, da kommt die Bombe. Ich pass mal Short auf. Long. Kommt da jemand? Ja. ABP. Ich hatte nur noch 5 HP, der Typ da hinten. Mit der ABP. Loll, er hat die beide geholt, ne? Safe. Vorsicht, geh da nicht hin. Du musst da eh hoch. Warte auf ihn. Aber der sieht dich gleich, wenn er da die Dings hochkommt oder so. Da war er noch. Hey, Bumse, Bumse. So sieht's aus. Ach ja, die AWP wollte er haben, aber. Ja. Mann, 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 Mann. Please, follow me. Into death or what? Bitches. Gehen wir A? Ja, komm A. Follow me. Alle gehen irgendwo anders hin. Ich glaub ich, ich hab aus Versehen hier den Dings gekauft. Die Tasergun. Wir gehen ins B. Okay. Gehst du jetzt doch da unten durch? Ja, ja, ja. Oh, sorry. Sorry, sorry. Okay, okay. No problemo. Boah, hier geht's aber ab. Wo war das schlecht jetzt? Das war so schlecht. Das war mega schlecht. Ist hier einer bei B oder was? Ne, ne, wir. Geht drauf. Achso, okay. Hallo? Bleib bei der Tür hängen. Guck mal, ich hab zwei Kids gemacht bisher. Eismitte. Eismitte. Meine Fresse, ey. Ich treff ihn da. Einmal von den Schüssen war da drauf. Schön. Steh ich manchmal nicht. Camps am City Spawn. Lebst du noch? Ne, ne? Ne, ne, ne. Wo ist noch er? Ah, scheiße. Schaffen sie nicht. Oder schaffen sie noch. Doch. Aber der hat kein Kit. Der andere aber. Schneid da so dran rum einfach. Was denn das falsche Kabel durchschneidet? Und die funken erst. Man muss einfach alle Kabel gleichzeitig durchschneiden, Thomas. Das ist sehr trick. Muss nur sehr schnell erfolgen. Weißt du? So. Wo geht's lang? B. B, B, B. All B. Let's go. Immer dieser Sniper hier in der Mitte. Der obligatorische, ne? Verstehe. Ich find das voll panna rein. Ich auch. Und das ist immer nur so ein Penisvergleich in der Mitte, ne? 2 B. Mach. Kommt genau mit ne Flash hier rein. Hast du einen gekillt da draußen? Zwei Stück. Nice. Der steht dahin mit der Sniper. Bomb hat geplant. AWP Unrest. Nein. Wo ist er denn? Jawoll. Äh. Endlich mal wieder ein Kill hier. So. Könnt ihr ja nicht so weiter gehen, also. Könnt ihr Kratz? Bitte? Kratz. Kratz sag ich. Ja, wenn man schon zum Kill Kratz sagen muss, dann ist es echt schon schlimm geworden, ne? Ich hab einen gekillt! Ja, Kratz! Ja, nice! Das man fuck you Smurf. Das man fuck you Smurf, hat er gesagt? Ganz scheiße. Go. Please. Smoke. Flashback. Scheiße Nebel hier, ey. Das ehrt dich ein bisschen, ja? Oh man, ey. Die sind blocken immer. Machen die extra, weil du ein Smurfer bist, Thomas. Einer tot bei langen. Wo bist du? Ah, lange. Zwei tot bei langen. Oh man, da wär auch noch meinen Kill gewesen. Da oben noch, bei kurz war einer. Ah ne, das ist unser. Soll ich grad einer reingegangen? Achso, das war von uns einer. One dead, one dead. One dead. Okay, er plant it. One Junker, one Junker. Home has been planned. Throwing fire. So, an Luxi. Throwing a flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Smoke. Voll Nerven. Ja. So, er tot. Ehh, short. Wie fand ich... Ja, der ist tot. Voll short. Einer, einer gibt's... Einen gibt's ja noch. Ne, ich kann's. André. Einer gibt's ja noch. Der ist hier aber nicht in Show. Der ist hier aber nicht in Show. Da hinten, ein Bein lang. Ja. Ganz hinten, was? Ganz hinten, was? Kannst du wunderschön abhauen einfach. Ich hole mir jetzt noch. Muss jetzt schon hier lang abhauen. Beat, 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 beat. Aaaaah, ich hab's noch überlebt. Beat, 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 beat. Aaaaah. Beat, 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 beat. Wo ist der denn hier? Er ist jetzt weggegangen. Guck mal, er... Ja, er hätte ihn aber auch noch gekillt. Gerade den Angel. So, die Runde war wieder gut. Konnte ich mal wieder ein bisschen aufholen zum Dustman. Ich habe auch ein bisschen Glück gehabt. Gehen wir beide short? Ja. Hä? Ja, 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 komm. 2B. 2B. 2B, okay. Warte, Flash. Oh, fuck. Typ, Typ, Typ. Fuck. Mach, zu spät hab ich ihn gekriegt, ey. Ja. Typ, Typ, Typ. Aber hier ist... Oh, oh. Oh nein. Wo denn? Von da unten, oder was? Ja. Ist hier auch noch einer? Ne. Stand, stand. Ja, ja, bin dabei. Na, AWP, ne? Ich geh mal hin und beschütze erstmal. Ich warte jetzt mal einfach hier ab. Jawoll, nice. Vorsicht. Ruhige Schüsse. Was hier unten noch einer? Hier unten noch einer? Nein. So, geht doch. Bam. Yeah. Das Mann? Das Mann? Weiß ich nicht. Was ist mit ihm? Hast mal aufgehört zu töten jetzt, Thomas, ne? Ja, okay. Damit nichts auffällt, ne? Ja, genau. Stirbst extra ein paar Mal, damit du schlecht gerankt wirst, ne? Damit du immer easy going hast, ne? Am Anfang. Ja, long. Ja, ich hab den Account mit meiner kleinen Schwester halt. Die spielt nicht ganz gut. Aber die spielt besser als du halt, ne? Guck mal nicht mal, ey. Boah. Hui. Direkt an der A-Long, wo ich um die Ecke kam. Und Nerven. Nein, da werd ich gemessert von einem hier. Der im Busch, ne? Ne, zwei Stück kamen überschaut. Hä? Ist nicht einer von unserem Team hinter mir in Mitte gegangen? Lol, ey. Ich versteh wieder nix, was der sagt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann der ist. Guck mal, er schießt da einfach hin. Und jetzt wird er gleich von lang getötet, bitte. Wie lang bin ich? Achso, du stehst, bist auch noch hier. Ah. Short, short. Ja, bei Short ist einer. Nice. Ich wollt grad sagen, er stirbt jetzt, der Angel. So. Jetzt kauf ich mir mal wieder Rüstung. Erste Mal in diesem Spiel übrigens. Echt? Ja. Ich glaub ja. Also ich bin mir relativ sicher. Erste Hälfte ist ja auch nur fast durch. All-B? Guck mal, All-B jetzt. Jetzt klappt's diesmal. Außer Angel-Skill, geht wieder Mitte. Was soll das denn? Na. Einer hat sich jetzt grad noch umentschieden, obwohl er erst da hingelaufen ist. Wie die Panne. Hups. Boah, wie behindert das immer ist mit den Granaten. Das war ich aber. Thomas, tut mir leid. Ist trotzdem. Oh cool. Ja, tut mir voll leid. Schade. Die Hinteren sollten eigentlich keine Granaten mehr werfen am besten. Ich hätt auch gedacht, die wird weiter fliegen so. Kennst du so Videos immer wo, wo jemand an der Granate trainiert und der schmeißt den mal vor sich vor die Füße oder so? Ja, ja kenn ich. Meine Fresse ey. Du warst so hektisch. Ja. Lol. Guck dir das an. Hahaha. Nice. Hahaha. Er hat zwei gemessert auch noch. Lol. Oh, wie geil bitte ey. Ah. You just gotta love him. Hast du es noch gesehen? Was du ihn gemessert hat? Nee, hast du es gesehen? Ja, ja. Sehr cool. So. Kann ich mir das noch mal angucken? We must move. Hahaha. Aber nur den ersten hab ich gesehen. Den... Nee, Quatsch. Nur den zweiten Messerkill. Sonst keinen. Grenade. Smoke. Grenade. Ruhe. 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 Grenade. Raus gucken. Flashback. Boah. Oh fuck. Ich mein hier war noch einer. Mach Scheiße. Hol der mich auch noch weg ey. Halt sie und... So spiel ich viel lieber als die AK. Ja, ich eigentlich auch. Aber ich muss mal wieder AK spielen mehr. Oh, das ist der letzte. Einzelne. So. Hol er die Runde jetzt für uns? Guck mal da. Das ist eine richtig schön leuchtend gelbe Waffe. Warum sollte man die reintun? Nice. Bei mir hat er aber voll daneben geampert. Bei dir auch? Bei mir auch. Bin mir da rechts unten gegen die Wand geschossen eigentlich. So. Ich kauf mir aber trotzdem ne SICK. Hör mal. Ich hole mir mal die AK jetzt. Wohin gehen wir? Gehen wir lang. Warte auf die Leute hier mal jetzt. Komm wir gehen lang Thomas. Komm. Wir machen das. Oh nein. Nicht unbedingt. Okay. Gehen wir mit P. Oh alle D. Ja. Gehen wir lang. Fast alle B. Einer natürlich nicht. Ach wie ich das so. Ich hasse einfach. Dass immer einer da ist der, der immer was anderes mag. Ich hätte die Leute in den Kommentaren werden jetzt erklären warum man das macht. Ach. Kann man nicht einfach alle mal zusammen. Oh Gott. Okay. Okay. Die sind an der Dude. Er bleibt natürlich da stehen weißt du. Fuck. Oh ich in die Hände klatschen vor gut. So schlimm. War das deine Flashbang? Oh. Boah. Ne ne das war nicht meine Flashbang. Das war meine Flashbang. Aber hä? Ich hab keinen. Ich hab noch nicht mal einen gesehen. Einmal kurz glaube ich. Das war cool. Coole Runde. Also. Ich brauch gar keinen sehen. 11-1. Fuck. Krass. Aber es ist dann auch nicht richtig gematcht finde ich eigentlich. Ne. Eben. Wenn wir so Gegner kriegen hier. Wohin gehen wir Thomas? Auch blöd. Stell dir vor du bist auf der anderen Seite weißt du? Ja. Mach mal ein bisschen Action auf lange oder was? Ja. So ernst nehmen wir das Spiel noch. Mach mal ein bisschen Action auf lange oder so? Trotz der K. Keine Granaten. Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe. Einer bei Short. Tot. Sooo. Ich guck mal lang. Da ist auch einer. Ja. Ne da bitte. Tot. Sehr gut. Wo hat er grad den Mafia gekillt? Auf lang? Weiß ich nicht. Wer lebt denn noch? Ne mittig. Mittig. Ist ja gewesen. Warte. Short was? Neun. Er könnte. Weiß ich nicht. Short. Short. Okay. Oh fuck. Nö nix. Oh fuck. Du hast doch wieder keine Rüstung. Ja brauche ich ja auch nicht. Siehst du doch. Was ist los? Ich lebe halt immer on the edge weißt du? Ja ja. Wenn ich die jetzt kaufe. Pass auf. Jetzt werde ich wieder getötet. Damit ist man nämlich langsamer. Wusstest du das? Thomas? Dadurch schiebst du einfach. Ja eben. Dafür ist die Rüstung da. Um öfter zu sterben. Na schön. So ein Granätchen da rein. Den absnacken. 7 HP. 2 HP. Ich bekomme eine Granate. Du hast ja Angst bekommen. Wenn wir angeschossen. So weg hier. Okay. Na komm nur in die Ecke. Was Granaten. Die du hinschmeißen kannst. Da höre ich doch irgendwas von hier unten oder? 2 noch und 2 von euch Nein! Wo rechts? Hä? Von wo denn? Von unten im Tunnel aus? Von unten im Tunnel hat glaube ich einer dich erschossen und ich glaube der andere war... Weißt du die Bombe liegt da? Scheiße ey, seit wann liegt die denn da? Die ganze Zeit schon Sag doch was, dann renne ich da eben hin Na hoffentlich höre ich doch den noch hier Ach da standen, hast du gesehen? Sehr schön Hört man einen? Irgendwo? Oh nein! Weißt du campen die da so, was ist das denn ey? Ja gut, wir wollen campen halt, ne? Macht man dann halt No real main Und das ist nicht mal gelogen Ok, rush, go B B, rush Oh, please Rush, please I said rush and when rush Come on, let's go Ok, rank pal Du hast nicht mal einen Rang, der wird... Ne eben Schreibe ich ihm gleich Ich guck mal nach... die... 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 Cutters WINDOW WINDOW BLENDING BLENDING Good hacks Find me good hacks Good hacks Ich weiß gar nicht warum So gut spiele ich jetzt auch nicht, ey Ne 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 Not rated yet Yes, it hacks Yes, it hacks It hacks Warum... Warum soll ich denn hacken? Weil du das nötig hast, denn Weil du einen kleinen Pimmel hast Ich mein 19,7 ist jetzt nicht auch nicht so ne Killer Bilanz, ne Also... Killer Bilanz wär so 19,2, weißt du Die sind doch direkt hier um die Ecke, ich hör die doch Ach, schlaupt er mir die noch ab, ey Ich glaub bei Shorts sind die, ne Ja Campen die da das? BAM! Headshot Ach Gott, noch einer, scheiße Hättest du dich bisschen früher schießen können? Aber der ist voll cool auf die Mauer gefallen, dass der so rüber lehnt Jetzt wird er kotzen, guck mal da ist er Ist der denn vor dir? Ah, wird der angenervt sein Easy schreibt er noch Aber er selber, ne Das war witzig Yeah, we win Aber wir werden immer sehr gut gematcht bisher, ne Kann man nicht anders sagen Also... Und das ist jetzt wirklich kein Betrug hier, Leute Also... So werden wir gematcht von Steam Ist extrem gut Ja, auf meinem auch Ich spiel sonst kein CS oder so Ich mein, wir spielen ja auch nicht gut Ja, gut, im Prinzip, wir spielen ja auch schon lange CS Und deshalb früher war er gar nicht so schlecht, glaub ich Wir können uns schon sehr verbessern Na, was ist das denn? Ey, ich mach ihm 72 Schaden mit zwei Treffern Und er steht noch genau in der Dingens, äh Long, komm, drei Stück Thomas Deploying Flashbang Was warst du das? Nein, ich hab das gesehen, du warst das Ich dachte du wärst vielleicht der andere, den ich da fast angezündet hätte Ja, geh überschaut, genau Dann nehmen die Abkürzung wie er Bin ich gar nicht Musst ein Messer reinmachen und dann von dem Huckeller springen, genau Jetzt, ja Ach, guck mal, Schade Danke Good Job Oh, guck mal, du hast 1 Kilometer mehr als ich jetzt Oh, kannst du mir eine Waffe kaufen? Eine AUG? Wo hast du denn? Ja klar, wo bist du? Hier Danke Go masturbate Schreibt er Ah, letzte Runde Ja, ist es jetzt, jetzt verlieren die eh bestimmt Die Blöden Flashbang Die Blöden Flashbang Go B Go B No one dead long B, 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 B G, B, B Ja, ich gebe B I'm on it, I'm on it So, durch den Quallen hier einfach Was? Nein, gibt's doch nicht, ey Ich habe ihn keinmal getroffen, LOL Die Runde gewinnen sie jetzt Ja, die gewinnen sie auch Kenny macht's noch Kenny mästert jetzt auch Jawoll, sehr schön Er hat auf jeden Fall ein Diffuse-Kit, also Er kann es auf jeden Fall machen Wie viele sind denn noch von denen? Noch 3 Ist natürlich hart, ne? Ja Ich hatte ja kurz Hoffnung, also So So So, jetzt machen wir auf Finish hier, ne? Auf Finish? Ich kann kein Finish Ne? Wie, du kannst kein Finish? Ich kann kein Finish, hab ich nie gelernt Ne? Warum denn nicht? Ich bin nie zugekommen Echt nicht? Ich bin aber sehr beschäftigt Also das kann man doch mal am Wochenende machen Deutsch Wenn der nächste Woche nix vor ist, dann bringe ich dir eben den Finish bei Alles klar, ja okay Komm ich vorbei Dude Hab ich kaputt geschossen, Junge Oh, da war einer Und wir werden spawnen Geh mal short Sieht's aus bei B? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich glaub schlecht Ach, der Hurensohn hat geschossen Unser Teammate Ich hätte ihn von hinten messern können Dann fängt er an zu schießen Der andere dreht sich um und schießt dir in den Kopf Zumindest in den Körper Aber trotzdem Wir haben gewonnen Äh Oh, ich bin aufgelevelt Ich, ich auch Thomas Erzähl Was bist du? Hier, hier Ich bin Goldnova3 Ja? Ehrlich? Ja, ehrlich Ja, nice Da freu ich mich doch drüber Ne? Oh man, der Hang rank ist der erste Oh man, du bist der beste Tag, ich habe immer gemacht Guck mal siehste Da labern die grad drüber Die glauben du bist voller Smurf Das ist Goldnova direkt Ja, Goldnova So sieht's aus Leute, ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschüss!